Willkommen zurück zu einer neuen Folge, wir zocken Reign of Kings. Wir haben uns gerade eingeloggt und festgestellt, dass wir mal wieder beraubt wurden. Die Schweine. Die Schweine. Ja, die Schweine. Die Schweine. Ähm, wie man sieht, unser Nachbar hier war ordentlich fleißig. Jeder hier war ordentlich fleißig. Irgendwie haben die Leute alle mehr Zeit zum Zocken als wir. Gefühlt. Ähm, denn, was man dazu sagen muss, die hatten uns in unsere Wand, haben die sich ein Loch reingeschlagen. Und das braucht ewig. Das braucht ewig, sich da durchzuhauen. Ähm, keine Ahnung, da muss jemand richtig, richtig Langeweile gehabt haben. Jedenfalls sind unsere Wertsachen weg. Zum Glück nicht das, was wir an uns hatten. Also sprich unsere Waffen, unsere schicke Eisenspitzhacke und so weiter und so fort. Also das Zeug haben wir zum Glück noch. Ähm. Ja. Letztes Missionsziel war, dass wir Eisen sammeln. Was schläfst du hier so da? Du wolltest Wasser. Achso, ja. Ah, oh. Oh. Danke. Ähm. Letztes Missionsziel war, dass wir Eisen abbauen wollten. Da ist ja dann immer einiges dazwischen gekommen. Man muss sagen, glücklicherweise. Weil das war ja schon ja sehr witzig. Ähm. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen das jetzt wieder an. Also, im Schutze der Dunkelheit, äh, pirschen wir uns jetzt einfach mal vor und hoffen, dass wir diesmal zu unserem gewünschten Eisen kommen. Ich würde aber mal sagen, den Hirschnehmer mit hier, der hier steht. Auf ihn. Auf ihn. Aber ohne Scheiß, ich habe mich nicht bewegt. Du bist auf einmal einfach wie so ein Suizidgefährdeter. Es sah wirklich von mir aus aus, als würde ich fünf Meter hinter dir stehen. Ja, gut, aber meine Hellebade ist halt auch fünf Meter lang. Hä? Da steht Klaus. Warum Klaus? Ja, steht bei mir auch gerade. Achso. Äh. Ähm. Ja. Hier, das Gebäude der Diebesgilde. Boah, das stimmt aber schon. Hier auf dem Feld liegt es echt. Ja. Also, vor uns hat da einer rumgemeckert. Äh, das ist jetzt ja mittlerweile, wenn man durchs Feld läuft, extrem laggt. Und, äh, richtig viel Poker sagte. Extrem sogar. Ja. Das Geile ist hier schon wieder, ich habe gerade einen Huhn erlegt. Für Federn und so. Das könnten wir, äh, ich glaube Federn könnten echt noch wichtig werden. Ähm. Ich frage mich halt, warum hat ein Huhn Stein? Was, was, hier schon wieder ein Stein abgebaut. Was fressen die armen Viecher denn? Ähm. Äh. Ja, scheiß Inventar ist schon wieder voll. Das braucht man nicht. Die zwei Clay schenken wir uns auch mal. Ja, den Rest behalten wir mal. So, Eisen gibt es in der Nähe der Burg. Mir steckt mal die Waffe weg. Ja, doch, angerissen auf jeden Fall, kurz. In einer der ersten Folgen, glaube ich. So, jetzt habe ich einmal den Rücken dir gekehrt. Ne, hier, 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 huuuhu. Ah, huuuhu, huuuhu. Und? Oh, ich bewege mich, ich mich auch nicht. Was war es? H, ne? Ah, kurz drücken, ja. Ja, ich glaube, das hilft, stinkt, weil ich glaube, das Inventar könntest du trotzdem nicht öffnen. Ne? Ne. Ich behalte leider recht, ja. Ah, scheiße. Ja, ist wohl gerade der Server abgekackt. Aber es ist jetzt schon später mal, innerhalb kürzester Zeit, kann das sein? Ja, stimmt. Also heute scheint ein bisschen der... Heute? Ja, die schreiben auch unten, ja. Lag. Lag. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Bringt jetzt auch nicht wirklich weiterzulaufen, weil... Ja, wahrscheinlich sind wir... Selbst wenn wir jetzt wahrscheinlich schon vier legen, hat nichts abgebaut. Please help us. Ah. Was sagst du? Please help us. Drücke F. Aber das ist dasselbe wie mit H. Ja, komm, bevor die sich jetzt noch alle wundern. Ja, aber... Abzubauen. Ah, okay. Abbauen geht trotzdem. Ja, gut, aber... Aber ob man es behält, ist die Frage, ne? Das ist es, ja. Ja, gut. Dann... Kurz aus und wieder einloggen, wa? Das sieht so geil aus. Ich bin müde! Zack, liegt er. Im Schlafsack. So geil. Ja, ich setze hier dann einfach mal ganz kurz einen Cut und wir melden uns gleich wieder zurück. Und dann sind wir wieder zurück. Ins Inventar kommen wir wieder rein, bewegen können wir uns. Och, doch nimm Blut mit, Alter. Daraus kann man Tränke backen. Aber was brauchst du denn jetzt so Tränke? Naja, aber das Blut kriegst du halt auch immer... Das geben nicht immer Tiere. H. 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 Und wir haben uns jetzt den teuflischen Plan auserkoren, einfach unsere Wertgegenstände einzubetonieren. Das werden wir dann auf jeden Fall machen. Clay ist abgebaut und ja. Deswegen, wir verstecken unsere Truhen hinter einer Wand. So, jetzt habe ich es verraten. Das ist nicht so. Ich glaube, noch kann man das machen, denn so viele Zuschauer hat es jetzt ja bislang noch nicht. Und der beschwörst halt noch. Genau, er hat so 2 Millionen Klicks. Nee, und dann ja. Und der Server ist ja auch nicht bekannt. Von dem her. Nee, ich meine, wo wir jetzt spielen. Das kann ja Tante Emmer's Wurstbude sein, auf der wir jetzt hier unterwegs sind. Oder vielleicht auch nicht. In der Ferne sieht man ja auch schön die Königsfeste. Ja, da oben hockt er. Es gab übrigens einen Machtwechsel, ne? Oder? Ich glaube, da hat sich was verändert. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil auch von im Titel trägt von Wittelsbach. Ich glaube, das ist ein anderer. Wir sind das ist schon mal allein dafür also ne, ne, also er erhebt keine Steuern. Das ist schon mal ganz gut. Ja, es gibt keine Steuern. Der hat keine Steuern erhoben. Ja, erklär mal. Ja, wie, was soll ich erklären? Was hat es mit den Steuern auf sich? Ach so. Ähm. Ja. Ah, keine Steuern. Ja, erklär doch mal Poker. Was hat es denn mit den Steuern auf sich? Das würde unsere Zuschauer sicher brennend interessieren. Brennend interessieren. Ja, also der König ist befugt Steuern zu erheben auf Rohstoffe. Das heißt ich weiß jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht in welchen Intervallen die dann erhoben werden müssen. Meinen Sie mit Intervallen? Zum Flussabbau? Naja, zu welchem Zeitpunkt halt. Das meine ich. Boah, Alter jetzt ein Schaf, Alter. Wolle. Bei jedem Abbau. Bei jedem Abbau. Bei jedem Abbau. Ähm. Bei jedem Abbau wenn du auf etwas hackst und der König hat was für sich 10% der zu draufstehen beim Text. Ja. Dann wird pro 10. Schlag halt eben was abgezogen. Das ist ja Wucher. Du siehst du halt dann auch unten rechts an der Ecke wo ja schön alles aufgelistet ist was dann eben ähm du abbaust an Menge steht dann auch schmal ein in Klammern Text mit einem Minus davor. Ach was, okay. Aber kann man jetzt natürlich mit Zeit Alter, ich bin tot, Mann. Ich wurde gefangen genommen. Alter, Olli, rette mich. Man hat mich gefangen genommen. Hier oben an dem Berg. Der zieht mich innerlang. Alter, das war versehentlich, Mann. Ich wollte das Schaf nur killen. Ja, ich lass mich frei. Ich lass mich frei. Okay, Mann. Erschrieg mich doch nicht so, Alter. Ich hab das nur zum ersten Mal gemacht. Ich wollte nur gucken, wie das ist. Was, was? Alter, was war denn jetzt los? Hä? Ey, er passt schon. Gott. Sag mal, du hörst auch nicht zu. Ne, ich hab mich nicht verstanden. Ne, der hat grad, der hat grad gesagt, das ist das erste Mal, warum das war halt so ein... Hinter dir ist ein Höllenhund, Mann. Hinter dir ist ein Höllenhund, Alter. Lass ihn in Ruhe. Alter, was das denn für ein Vieh? Das meh ich doch. Oha, der verteilt auch Schaden. Junge, Junge, Junge. Das ist der Wehrwolf, Mann. Ja, ja, den ich doch immer mehnte. Sag der mal kaputt, der ist nur auf mich fixiert. Achso, das ist, äh, ich... Das ist in Ruhe, Mann. Das ist Königsaufgabe. Eigentlich. Eigentlich, ja. Alter, jetzt hat er mich erwischt. Ja, okay, warte, 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 warte. Komm du jetzt. Ja, ja, komm, komm, komm. Okay, wir sind zu... Ey, hau ab! Ich bin dran. Alter, wir haben den... Wir haben den Wehrwolf erlegt, Mann. Nein, ich bin tot. Echt jetzt? Ja, ich lieg direkt daneben. Okay, dann bleib ich hier und, ähm, sicher dich. Du kannst zurückkommen. Dein Loot bleibt hier, nämlich. Boah, er muss jetzt aber rennen, ey. Ja, ich bin da und... Werner wie im Weltmeister. Das muss ich gleich mal kundtun hier. Wir haben den Wehrwolf erlegt. Ey, bau den ab. Mach den platt. Ich hab dich, der hat aber nur Fangzähne... ...gegeben. Ja, weißt du auch. Da weißt du, was wir damit machen können. Also, ich war mit einmal tot. Er fällt um, ich falle um. So, boah. Ich glaube, nach einer Belohnung fragen. Werter Lord. Ich glaube, der König ist nimmer online. Nur allgemeine Anerkennung. Nur allgemeine Anerkennung. Erstmal was trinkt hier. Eigentlich bräuchts jetzt ein Bier oder sowas nach der Sache. Ey, ob das geht? Ob man sich so Bier abbrauen kann? Mit Watten. Weiß ich ne. Flachst. Oh, no. Also, wir müssen jetzt hier erstmal kurz warten. Und die Sachen vom Rico sichern. Weil dann kriegt er sein Shit nämlich wieder. Deswegen stehen wir jetzt einfach mir... Vielleicht kann man ja Bären zum Goren bringen. Ja, und dann schön hier Wein. Wein machen. Ich geh jetzt mal hier kurz an die Eisenquelle. Und stell mich aber so, dass ich sehe, ob jemand an dein Zeug rangeht oder nicht. Ja, ja, ja. Ja, klar. Dann bin ich da. Plötzlich ne Beute um dich rum. Und ich krieg mein Durchsinn. Ja. Hier gibt's ein Gratis-Schwert. Verbrauchte Gratis-Leder-Riss-Dunk. Ja gut, wegen der Lederrüstung kommen die bestimmt noch aus allen ihren Ecken. Ne, ich glaub wegen dem Schwert mittlerweile auch nicht mehr. Ja. Weil es ja nur ein Eisenschwert ist. Ja. Er ist jetzt ne Stahlrüstung und ne Stahlschweb dann schon. Ja, das glaub ich auch. Jetzt hab ich gar nicht aufgepasst, wie lange wir schon aufnehmen. Scheiße. Aber die Wolke wieder zu lang. Guck mal. Ich würd sagen, lassen wir nochmal 5 Minuten laufen, würd ich sagen. Dann setzen wir kurz nen Cut und melden uns dann gleich wieder. Vielleicht ist bis dahin ja auch der Rico wieder hier. Ja, ich bin fast da. Bist fast da, super. Boah, genau. Super cool. Jetzt. Bist um die Ecke geschossen, komm. Ah, der Nacketeil. Oh, Nacketeil kommt. Er ist wieder da. Das ist absolut feierbar. Da, da, da. Ne, hier oben ist der Beutel. Hier bei mir. Das war ein Stück Eisen. Ja. Ihr soll jetzt aufhören zu tanzen, ja. Ist gut. So, jetzt. Boah, es hat schon ganz schön viel. Ja. Ja, wäre doof gewesen, wenn das weg gewesen wäre. So, fressi, fressi. Hier, das andere Fressen kannst du kriegen. Oh ja, fressi, fressis. Achtmal, äh. Achtmal, Dings. Hab ich denn? Fleisch. Alter, ich hab hier schon wieder... Warte mal, irgendwas muss jetzt hier mal raus. Was? Ich glaub hier, das... Die Stone-Axt braucht man nicht mehr. Die Stein-Picke braucht man auch nicht mehr. Die Federn nimmst du mal, bitte. Ja, die kann ich zusammenlegen. Ja, und das Flachs auch. Ja, schön. Alles gut. Mit seiner Stein-Axt und mit seinen Stein-Picke, wo er Reisen hat. Nee. Nee, ne Prahlen. War ja zu unnötig. Achso, nee. Weiß ich doch. Alles gut. So. Bist du immer noch am... Stein noch? Hab ich, glaub ich, alles. Wie sollst du das Fleisch nehmen? Ja, ich komm aber an den Beuteln heran. Da steht immer noch, dass du... Das ist... Entschuldigung, Entschuldigung. So, ich leg das Kleiner hier auf die 4. Die Federn leg mal hier zusammen. Brauchst du wisse Kenefackeln mitnehmen. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Auto. Genau. Auto. Auto. Wie hieß der Film, Kleiner? Wer das kennt, die Stelle vielleicht? Road-Trip war das. Ja, genau. R Hier oben liegt noch ein Beutel. Ich dachte, wir würden irgendwie mal was vergessen. Gucken, was drinne ist? Ach, bestimmt nur Schrott. Ja, Sticks. Boah, geil, Stöcke! So, hier haben wir übrigens einen Amboss. Da kann nämlich der Poker gleich mal schauen, was man alles mit einem Amboss schön schmieden kann. Dem sticke, fette Stahl- und Eisenrüstungen. Ist das denn hier, wobei, in der Gilde gehört das ja nicht an, wurde ja nicht angezeigt. Nein, 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 das ist zur freien Verfügung. Und man siehe, wir haben vor uns vermutet, weil unser werter Nachbar, was man ja sehen konnte, relativ fleißig gewesen ist, hat ein riesengroßes Einzugsgebiet, also sein Gebiet sozusagen. Und wir haben ein so großes Gebiet dicht. Und jetzt bestätigt unsere Vermutung, es gibt tatsächlich höherwertigere, sogenannte Crests, womit das Gebiet beansprucht werden kann. Und dafür braucht man einen Amboss. Dafür braucht man einen Amboss. Und den haben wir ja noch nicht, aber bald. Okay. Das sind viele tolle Sachen, weil Disney kann ja mal, da kann ja mal reinschauen. Locken wir mal kurz hier rein. Okay, Eisenzeugs kriegen wir da. Fette Helme, Rüstungen und so ein Zeug. Ach, na eben, guck mal hier. Tier 2, Tier 1, Tier 3. Ja. Alter, können wir eine Riesenburg bauen. Krass. Oh, vor allem guck dir mal die Axt an, Mann. Ja, 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 schön. Und was du für Waffen bauen kannst. Jetzt ist halt nach wie vor nur die Frage, woher kommt das Stahl? Ich hab noch nie einen Stahl vorgekommen entdeckt. Ja, brauchst du ja auch nicht. Achso, nee, doch, Stil. Ja, ja. Ja, aber vielleicht craftest du das aus dem... Keine Ahnung. Soll aus Eisenstahl werden. Ja. Weiß ich, ne? Geht schwer. Na, okay. Ja, wir müssen ja... Ja, was man ja sagen muss, wirklich viel erkundet. Jetzt hier das Land haben wir ja bislang noch nicht. Also deswegen müssen wir da mal einfach wirklich richtig auf Erkundungstour gehen. Und ich würde sagen, das bauen wir einfach in der nächsten Folge mal ein bisschen aus. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Dann haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.